Wie war das? Wie war das? Denk mal an. Du bist der Karver. Was machst du? Was ist das wichtigste in diesem Welt? Traurig. Schade um Walter, muss ich sagen. Clem, es ist Familie. Die Leute wie Matthew kommen nicht zurück. Matthew. Oh genau. Man hat es weder nicht verdient. Schön fand ich natürlich, dass wir Kenny wiedergefunden haben. Oh, große Geste von ihm. Großer Charakter. Mieser Move, ey. Ich höre mich heute ein bisschen wie Carver. Ich muss nur gegen 10 kurz weg. Unsere Sauber, äh, was? Sauber Zauberfee? Nein, lassen. Aha. Vielleicht sind wir um 10 schon durch. Wer weiß. Oh, ein Spetterling. War da eine Motte, ne? Oh. Hat noch keiner Szene gesagt hier. Haha. Oh, äh. Zusammen sind wir sicher. Es wird sicherer, wenn wir zusammenbleiben. Es wird bald kalt sein. Ja, ich weiß. Aber es ist toll, dass du gekommen bist. Ich dachte, sie würden meinen Vater mit mir sagen, zu gehen. Danke. Du bist willkommen. Ich bin sofort im Spiel drin. Guck ja nicht mehr auf den zweiten Bildschirm. TROY. TROY. Ich hab auch tatsächlich noch so ein bisschen Probleme mit den ganzen Namen anzubringen. Die Namen sind für mich so ein bisschen schall und rauch. Ich weiß nicht, dass alle bereit sind. Die Emotionen vielleicht sind hoch. Schau sie weg. Wenn ich herauskennen, dass du das Wasser verletzt hast, um den ganzen Heater zu halten, dann werde ich dich zurückgehen. Nein. Ich schraubte meine Arsch. Wie du mir gesagt hast. Es ist nicht so nett, zu hören, bei anderen Gesprächen zu hören. Hat jemand dir das noch nie gelernt? Wo sind deine Manners? Dann bleib mal straight. Nein, stopp! Nicht meine Freundin! Du willst mich nicht testen, Frau. Ich werde jedes Mal passen. So ein Penner, Alter. Lass sie alleine. Schon gleich so eine Karate hier. TROY. Jetzt brauchst du auch nicht so tun. Ja, komm auf. Verräterin. Ich glaube, ich müsste mir mal unten hier unter dem Bildschirm so ein Board machen mit allen die Sichern und den Namen irgendwie. Ich habe wirklich Probleme, um ihn zu merken. Sind Sie okay? Was macht er mit dir? Hey! Hat er dich verletzt? Hey! Hey! Und wieder fett inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Die lassen es knallen. Kava ist so ein Liegen-Arschloch. Ja, absolut. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so psycho. Aber die Tendenz zum Arschloch ist da. Absolut. Das Arschloch-Gehen ist ihm inne. So, eins der noch frei ist, ist Luke. Also, wir müssen alles auf Luke setzen. Luke muss uns irgendwie rausholen. Luke, du bist meine einzige Hoffnung. Den Arzt haben sie auch unten hier zugerichtet, ey. Okay. Ja, keiner traut sich was zu sagen. Bedrückende Stimmung. Alright, wir müssen was machen. Kommt mal. Wer hat irgendetwas scharf? Was? Wir müssen diese Bindungen entfernen. Hey, Clem. Hilf mir etwas finden, um sie entfernen. Was? Was ist wirklich ein Blatt. Wir müssen weg von hier raus. Wie? Was heißt, wie wie? Was ist das? Was ist das blatt? Was ist das? Was solltet ihr helfen? Was kann helfen? Ich weiß! Ich weiß! Wir sind in eine precarische Position hier. Wir müssen etwas machen. Wir müssen uns über das tun. Siedschen, Kenny. Wir haben alles genommen. Wir müssen eine Lose-Warte. Er hat richtig. Du wirst nicht. Bill wie wir tun. Bill? Diese Zeit war es Carver Carver Carver. Und jetzt ist er fucking Bill? Oh, ich sehe, was das ist. Ihr seid nur ein Fahrrad nach Hause, nicht wahr? Das ist, was hier passiert ist. Sag das wieder. Ich würde hier raus bleiben, Mann. Herr, ich bin kein Mann. Nein, richtig. Du bist ein Mann. Du verstehst nicht. Du bist anders. Wurz. Wofür bist du? Er will uns verabschieden. Was meinst du, wofür? Er ist ein fucking Psychopath. Das ist es. Jetzt tut mir leid, ich kann jetzt nicht so viel auf den Chat einnehmen, weil so viel zu lesen ist in diesem Spiel. So ein bisschen Angst war zu verpassen. Okay, können wir schon mal los, das ist schon mal sehr gut. Luke wird uns helfen. Die fucken haben uns alle töten? Hey, schau, Clint. Wir sind dicht. Okay, wir machen das. Sie haben Schäden. Was erwartet ihr genau? Ich werde den ersten Mann, den ich sehe. Dann nehme ich seine Schäden und benutze ihn, um den nächsten Mann, den ich sehe. Sitze doch. Schau doch, Doc. Das ist nicht dein Telefon. Hey, wenn etwas passiert, hilf euch, okay? Okay? Du weißt nicht, du weißt nicht, du weißt nicht, aber keine Hilfe wäre gut. Hey, Clint. Schau mich an. Du vertraust mir, oder? Ja, ich vertraue dir schon, aber... Just, just listen to them. Sie kennen ihn. Vielleicht müssen wir warten. Vielleicht kommen wir mit einem anderen Plan. Sorry, Kenny. Sorry, Kenny, aber wir müssen irgendwie... Das ist okay. All right. Everybody break! Kenny! Oh, Kenny! Are you okay? Ist er okay? Schwierig. Schwierig. What hit me? Probably for the best. God damn breaks ain't workin for shit. All right. Up and at em. The fuck? How'd you get your restraints off? Come here. Man hätte da wenigstens so tun können. We've got some familiar faces back with us tonight. Now, I understand, some of you are confused as to why we bring these people back when they left us as they did. I think I've got an idea. Now, I might not come all at once, but time will heal these wombs. So be patient with them until it does. Is that so, 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 so Pastor-style, der seine, 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 seine Herde zusammenhalten will. A better place. All these feelings you have of anger, betrayal, hate. They're all valid. No one needs to forget what they did. But we do have to find it in our hearts to forgive them. Look how much food they have. Oh, I hope you ain't saying what I think you're saying, Lin. It's okay. Wunder, wenn's da jeden abziehen, irgendwie, den so, irgendwie. Many of you already know, a large herd of lurkers gatherers just south of us. Come on, we need you for something. Can't wait until morning. We're all exhausted. Just come the fuck home. I need him. I need my dad. I need you. I need you. He looks after me. They have been taken into consideration. However, this is not up for debate. The expansion project. Ah, da hinten ist der Toolcenter. Hm. Der wird erwachsen. Der wird zurückkommen. Wir müssen immer noch cool mit Sarah sein. I thought we'd never come back here. My dad said we wouldn't. I wish I could talk to him. He will. Thanks, Clem. And with the added manpower joining us this evening, I have no doubt that we will continue to grow and prosper. It's no longer enough just to survive. It's our obligation to make this community a beacon of hope. Thanks, Bonnie. Was soll der nicht für'n Beacon of Hope sein, ey? You have to provide a light. A bright light. Bright enough to shine in all this darkness. So that is what we'll do. No, not clear enough. No, not clear enough. You'll best get some rest. There ain't gonna be much for you tomorrow. You're gonna be working hard. That's for you. Yeah, it would be. Fucking Bill. Keeps me out in the cold. But at least I'll be comfortable. Hey, guys. Reggie. Reggie. Oh, Reggie has no arm mehr. I'm so sorry. I'm so sorry. What did they do to you? This could have been worse. Trust me. I'm lucky to be alive. Miss Mafo. No, it's really not. I would tell you if it was. This happened well after you guys left. Okay, where's Reggie? Can we Reggie trauen? When we ran away. Why is he not with us gegangen? Why didn't he go with you guys when you left? I think maybe he was supposed to. But then he fell. And everybody kept running. I know he had both his arms then. Oh. They got me working outside. Lurkerd snuck up on me while I was hammering something. Okay, I thought they had to get his arm off quick. Save my life. That's awful. I'm so sorry. Look, it was my choice to help you guys. Alvin, Carver wants you in his office. What? Why? Don't make this difficult. It's too late for that. No, please. It's okay, Beck. Just get some rest. If he wanted to do something to me, he'd have done it already. I'll be fine. Let's see what he wants. Hey, Reggie. Oh, hey Troy. Hey, I'm Reggie. That's Sarita. Hello. And that's Kenny. Heya. Hello. Who are you? This freaks you out. It's okay. Freaks me out too sometimes. My name's Clementine. It's very nice to meet you, Clementine. Hey, where's Carlos? Bill's already got him looking at some folks. Oh, okay. Good. What about Pete? We've got some the shift. Can you guys save it for the morning? Some of us gotta be up early. Who's that? I don't know. I don't recognize the voice. Who's this? Kein Problem. Sorry about that. Okay, that's Mike. He's kind of a dick when he's tired. But, like I said, he saved my life, so I put up with that shit. Bill put him to work outside the wall with me. I'm so sorry. Stop with all the sorry. It was my choice. Besides, he said once you were all caught, he let me rejoin the group, so I'm glad you're here. I'm just joking. I know. I mean, he did say that, but I'm not happy about it. Why is she off by herself? Hmm? Who? Her, over there. Oh, yeah, right. Okay, so she's fucking weird. They found her sneaking around outside the camp covered in guts and just, like, the grossest shit. It's probably best not to stare. I know how it must look, but it's really not that bad here. Reggie. No, I'm serious. Where else are you going to find food like we have? We've got the canned stuff and now with the greenhouses coming along, we've got fresh food. The building's getting more and more secure all the time. More free through force labor, but that's only temporary. They've even got the solar panels working. When was the last time you had electricity, huh? Gerade eben, wo sie uns entführt haben. It's not a competition. I'm just saying, it's not as bad as you think. We're building something great here, guys. A real community. Bill is making it happen. Ah, weiß ich nicht. Look, I've made mistakes and he's forgiven me. That doesn't make up for what he's done, Reggie. I know that, but I'm starting to see what this place offers. I didn't before, and with the accident, it's just that much more important now. It feels more like a prison. Well, that is a very negative attitude. She's right, Reggie. Listen, I'm really close to getting let back into the group. Once that happens, I can do a lot more to help you guys be more comfortable. Comfortable? What do you think this is? I just don't want you to mess things up for me. I've worked really hard to get to this point. Will you please just try not to cause any trouble? At least until you release me. Then, once I'm out, I could help you more. Okay, Vivian, yes, we can make them. Maybe even help get you out. We won't get you in trouble. They're expecting me to keep things in line out here. Well, if Carver's such a great guy, I'm sure you've got nothing to worry about. We can at least talk about it more in the morning. Just have a quiet night and chat again tomorrow. I can't believe what I'm hearing. Look, the fact is, Bill had every reason to kill me when I helped you guys, but he didn't. Obviously, I don't know what happened while you were all gone, but he's given me a second chance and I know he'd do the same for you. Reggie, I don't want a second chance. I want to leave with my family. That's it. Your family is safer here. I need to sit down. Also, ich weiß nicht, ob er uns verraten wird, oder wie ihn. Irgendjemand wird irgendjemanden hier verraten. Das steht fest. Aber nochmal, wird er uns wahrscheinlich nicht so helfen, wie er jetzt gerade tut. Man, fuck that guy. I don't think we can trust him. I mean, clearly, he's already drank too much of the Kool-Aid. I think he's just scared. Everybody's scared. Ain't an excuse to sound like a nutcase. Na, Kenny, komm. Komm, komm, komm. Na, wir haben Glas raus jetzt. So, Entschuldigung. Ähm. Wir müssen tatsächlich erstmal ein bisschen aufpassen, irgendwie, damit wir jetzt nicht sofort irgendwie anecken. So, wer sind die alle? Eine Frau? Das ist Mike? Wie man mit Mike reden kann? Hallo? Ey. Du. Find die alles hast. Absolut gut die. Okay. Sollen wir uns verkrübeln? Wo ist das? Frau? Oho. Meistens so Charaktere tatsächlich, die nachher noch cool für unsere Gruppe sind. Den Schlafplatz anschauen. Ich glaube, es ist besser als die Grunde. Es ist nicht. Ach, Nick, 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 Nick. Hey, Clown. Nick? Just thinking about Luke. Just, there's no way he's gone. Is that always? That he left. How about it? Because me, I've known him for damn near 20 years now and I can't buy it. Of course, I can't say the thought never crossed my mind. Ah, he mights. He mights. Things change. Whole damn world change. I think you're right. He'd never leave you guys behind. Us guys, you mean? Yeah, us guys. Huh. Guess I'll try and get some sleep. You should too. Ne, ich glaube, das hängt zu. Tomorrow for sure. Bisschen Schlaf und der Tag sieht vielleicht nicht mehr ganz so krass aus. Oder man kann kurz ein bisschen reflektieren. Dann, I just stood there while I left you for five minutes. Hmm. Looks rickety. Oh, rickety. Giddy. Giggity. So, was? Achso, das ist hier vorne. Können wir das hier irgendwie verschieben, rufklettern. Dann hier rüber. Ein bisschen Assassin's Creed Style. So, wir können mit Sarah reden. So, bevor wir jetzt mit allen reden, würde ich erstmal mich wirklich hier ein bisschen umgucken wollen. Sieht ein bisschen schrecklich. Oh. Ein bisschen Dünge. Du, didu. Und? Okay, kann man machen. Oh, was kann man hier? Kann man hier irgendwas? Eine Latte abzerren. Hey, Clem, komm mal. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when she's walking around touching everything? Na, und? Was ist ein Kind? Reggie. Reggie. Reggie, Reggie. Tu nicht so. So. Jetzt gucken wir uns mal eine Tor erst mal an. Dann gucken wir zu Reggie und dann machen wir so. Ja. Clementine, please. I asked really nicely. I don't want to... Oh. No, nothing. You know, kids. They love not listening. You had one job, Reggie. This is real disappointing. Gonna have to tell Bill about this. Please, come on. Hey, don't be like that, man. You shut your fucking mouth. I don't know you. Dad! Oh, you're all fucked up now. Bill's gonna hear about this shit. Troy, please. Fuck you, Reggie. This is sending you back on me. Get comfortable, asshole. He was trying to help. She's just a kid. No one's talking to you, Indian lady. Hey! It's fine. I am Indian. Everybody get to bear. Some of these folks ain't too keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. You up for it? It's your decision. I'll try. You'll do just fine. Now get some sleep. We'll need it. Don't kick me. It's rude. Get up. Bill's gonna have a word. There's been increased walker activity along the fence, so be mindful when outside the walls. The Herds moved a little closer as of this morning. But that still doesn't necessarily mean, we'll be hit. No, we're monitoring the situation. Wir wissen. Wir wissen alle, dass sie kommen wird. There are some folks might be sore about what happened and how things went. Well, that's all in the past now. Some of you are new to our community. Some of you are members who went astray. But know that you can find redemption here. Forgiveness. By proving your worth. Through what will undoubtedly be hard work. You know, Reggie slipped up last night, but that doesn't mean he should lose hope. Today will be a test for him. So let's all wish him the best of luck. How'd you sleep? I'll let Reggie be an example for you all. I'm so tired. Salvation is available, but it must be earned. Pay attention. Kenneth will be taking over Reggie's duties outside the walls. Okay, yeah. Sounds good. Michael will continue on showing his values. Shh, Charles! Shh! Yes? Your child seems to be in need of correction. I'm sorry. I... Sarah, apologize to Mr. Carver. S-I'm sorry, sir. No, no. That ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior on day one of your reform. You discipline her now, Carlos. Kam her auf, alter. One good smack across the mouth should do it. You'll make her think twice before opening it up again. Come on, we'll wait. My... I'm not sure with my hand that I could... Well, that's why you got two hands, Carlos. Come on! What a good thing, right? A good heart smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be... Overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carlos. It's my fault. No one's fucking talking to you. Unless you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. Ach, what for a penner, Alter. What for a penner. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Close your eyes, honey. It's only going to sting for a second. Ach, scheiße, ey. Do it. I'm sorry, Sarah. Stop! You're not calling that girl anymore. Let her sit there and think about what she's done. Troy, get Carlos to his post. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. Toll here. I should die in the next glass of trouble, right? And it's time to get to work. You're going to the next glass of trouble, Doc. Everyone get to work. Ey, sobald wir die Chance haben, den zu töten. You're working in the armory. Follow me. Durch andere. Soil, let me up. God damn this thing. Oh, shit. I'm sorry. 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 Also, war ja schon klar, dass Carver ein Arschloch ist, aber so ein Arschloch. Eine Schlampe. Ach, Bonnie. Bonnie. Arschloch Bonnie. Verräter Bonnie. Hey, ich glaube, du beginnst deinen Tag mit mir. Oh, da kann ich doch vielleicht mal eine Patrone abzwacken. Das ist es. Du hast es. Ich glaube, ich habe dir eine Entschuldigung. Ich war nicht wahr, als ich euch in der Lodge kam. Und ich habe eine Wichtigkeit, die ich nie von einem Gruppen von Flüchtlingen erwähnt habe. Und, wie hast du uns gedankt? Aber, jetzt sind die Leute tot. Und ich kann nicht helfen, aber fühle ich mich zu schulden. Aber der Plan war, dass niemand getötet wurde. Ich glaube, das war die Intente. Carver ist derjenige, der den Trigger abzuhand. Er ist zu schulden. Ja, aber ich habe sicher nicht die Dinge zu helfen. Ich dachte, wenn ich mich derjenige, der alle gefunden hat, könnte ich es kontrollieren. Ich halte mich alle sicher. Aber das ist nicht so, wie es ging. Ich entschuldige. Der Meister. Wie war deine erste Nacht in der Runde? Ich weiß, dass es nicht so komfortabel ist. Aber es ist sicher. Das ist mehr, als ich zu sagen, über viele andere Pläne. Du meinst meine erste Nacht in der Präsenz? Es ist nicht eine Präsenz. Es ist mehr als eine Arbeit. Schön. Freischauen von der Arbeit. Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht. Ich habe nie in der Präsenz. Es ist nicht so komfortabel. 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 Ja, ich steh mal ruhig bei uns an der Kreide. Es ist nicht so komfortabel. Ich sage, es ist leichter zu versuchen, etwas zu ändern, was broken ist, als zu beginnen. Ich mache die Situation mit dem Herd. Das ist nicht so komfortabel. Das ist das Typ, was die Gemeinschaft entfernt. Er hält die Dinge in der Lage. Er hat ein paar Dinge herausgefunden. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte nur ein paar Mal sein, um ein paar Mal zu sein. Herds haben schon gehört? Ja. Es passiert schon ein paar Mal. Wir haben immer wieder nach dem anderen Seite, okay? Es ist etwas, was ich denke, wenn ich nachdenke, wenn ich nachdenke. Ich meine, es ist nicht einfach, dass ein Grupp so großartig zu halten und schützen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich dachte, das würde jemanden ein bisschen stressig sein. Ich habe keine Angst, was er machte. Das war... Ich bin leid, wegen ihm. Das ist nur ein Fakt. Er hat Walter gebetet, nur um seine eigenen Leute zu retten. Aber er hat es nicht. Bill überreaktete. Er war in der Zeit, und er überreaktete. Luke hatte Ideen über die Dinge gehen, aber sie haben nicht mit dem, was Bill hatte. Untertreibung des Jahres. Dann hat Rebecca angefangen, und das hat nur etwas schlimmer gemacht. Vielleicht war Luke richtig über ihn. Ich wünschte, dass er umgekehrt war, aber ich hoffe, dass er sicher ist. Hey Bonnie, ist das Mädchen da unten? Ich muss sie holen. Ja, sie ist hier. Okay, ich bin gleich vorbei. Ich bin sicher, dass es gut ist. Oh, ich habe fast vergessen. Ich nehme das für dich. Nimm noch irgendetwas mit. Hä? Was denkst du? Ich habe es in der Lodge, in dem ihr alle waren. Ich denke, es könnte für Schuss sein. Ich hatte es zu lange, um niemanden zu sein, um es zu dir zu bekommen. Oh ja. Ich habe es in dem Kommentar von mir. Ich denke, dass einige Leute mit diesem coolen Jacket sein könnten. Oh, da bist du. Was ist mit dem witzigen Jacket? Tavia? Was? Das ist die gleiche Ersmeinerei. Ich sehe dich später, Clementine. Komm schon. Ich sehe dich hier, genau. Ich sehe dich hier. Vielen Dank.